Nach der Reichsgründung 1871 behinderten acht unterschiedliche Landeswährungen den Zusammenschluss der Gliedstaaten im Deutschen Reich. Es existierten insgesamt acht Landeswährungen mit Thaler, Vereinsthaler, Konventionsthaler, Kreuzer, Scheller, Groschen, Silbergroschen, Neugroschen, Gulden, Konventionsgulden, Schilling, Markpfennig, Neufennig, Fronck, Sontim, Bremergoldthaler, Groten, Schwaren, preußischer oder graumannscher Reichsthaler, Kurontaler, Friedrich D.O.R., die auf unterschiedlichen Gold und Silbergehalten in ihren Münzen fußten und den Handel erschwerten, daher verabschiedete Kaiser Wilhelm I. die erste Währungsunion im Deutschen Reich. Durch das Gesetz vom 4. Dezember 1871 wurde mit der Reichsgoldmünze der Goldgehalt der neuen gemeinsamen Währung, Mark, festgelegt und dieser durch Das Münzgesetz vom 9. Juli 1873 auf alle Landeswährungen angewendet. Die Mark wurde zum 1. Januar 1876 im gesamten Reichsgebiet eingeführt. Eine Änderung des Münzgesetzes datierte auf den 1. Juni 1909. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde die Golddeckung jedoch ausgesetzt und bei Kriegsende 1918 endgültig abgeschafft. Die anfangs goldgedeckte Mark verkam wegen unleistbarer Reparationsleistungen der Weimarer Republik während der Hyperinflation bis zum 15. November 1923 zur wertlosen Papiermark. Bei der Währungsreform 1923 wurde die neue Währung Rentenmark auf Sachwerte, die nach 6 in Goldmark bemessen worden waren, gestützt. Am 30. August 1924 beschloss die Reichsregierung die Liquidation der Rentenbank zugunsten einer neuen Reichsbank. Die neue Währung Reichsmark sollte wieder eine Golddeckung aufweisen. De facto wurden nie auf Reichsmark laut Ende Goldmünzen gegossen und die Rentenmarktbanknoten wurden im Dritten Reich nie dem allgemeinen Zahlungsverkehr entzogen. Vielmehr wurden 1938 alle Reichsgoldmünzen für ungültig erklärt und eingezogen. Formell wurde das Münzgesetz von 1924 erst ungültig. Als mit dem Währungsgesetz vom 20. Juni 1948 in den drei westlichen Besatzungszonen die Währungsreform zur deutschen Markt vollzogen wurde.